IT mieten statt kaufen – die einfache Lösung für Ihre Praxis. In einer Praxis sind heute meist mehrere Computerstationen mit Bildschirm, Tastatur und Maus in Betrieb. Dazu gehören ein sicherer Internetzugang mit Firewall und Modem, ein Switch, ein Scanner zur Digitalisierung von Dokumenten, eine unterbruchfreie Stromversorgung, ein Server, mehrere Datensicherungen – vergessen Sie nicht für jeden Wochentag eine – ein Tresor zur sicheren Verwahrung der Backups und in den meisten Fällen ein Multifunktionscenter. Dazu kommen Notebooks für unterwegs und andere mobile Geräte für Hausbesuche. Damit alle Geräte untereinander kommunizieren können und die Patientendaten vor Malware geschützt sind, gehört die sorgfältige und regelmäßige Wartung der Hard- und Software zur Pflicht eines jeden IT-Anwenders. Virenscanner auf Computer, Notebooks und Server müssen aktuell gehalten, Updates ausgeführt und Daten gesichert werden, wobei sich mindestens eine Sicherung außerhalb der Praxis befinden sollte. Kurz gesagt, die korrekte Pflege der gesamten IT-Infrastruktur nimmt viel Zeit in Anspruch und kostet nicht selten Nerven. Dafür haben wir die Lösung. IT mieten statt kaufen. Ihre Vorteile? Sie mieten modernste Hardware. Ihre Arbeitsstationen bestehen nur noch aus einem Thin-Client, also aus einem kleinen Rechner mit Bildschirm, Tastatur und Maus. Mit einem mobilen Zugang können Sie sich von überall her in das System einloggen. Sie profitieren von der Leistung eines gesamten Rechenzentrums und Sie müssen sich um keine Updates und Datensicherungen mehr kümmern. Ein Team von Ingenieuren ist sieben Tage die Woche für Sie da. Zu einem monatlichen Fixbetrag erhalten Sie ein Rundum-sorglos-Paket mit Hardware, Software und Full-Service. VitoData Damit Sie mehr Zeit für Ihre Patienten haben. Rufen Sie uns an. 052 320 55 55 Dankeschön foriert. 1 05 prometheuerai Godf Guns. 25 1 05 продолжit. 2 05 8 05 05 5 estou-Svezani 8 06 05 5 05 5 05 5 05 5 05 5 05 5 05 9 05 5 06 05 Negative 06 05 5 0 focused 06 5 05 5 05 8 1 05 5 05 05